Ja, ein herzliches Willkommen zu Gothic 2 Mod, Secret of Chumanga. Wir sind wieder hier und gucken mal, ob wir Armin's Truhe aufbekommen. Aber die scheinen sehr neu zu sein. Also wir versuchen es jetzt noch mal. Das haben sie schon mal probiert. Aber irgendwie hat der Typ das irgendwie gecheckt, dass wir in so einer Scheiß-Tour sind. Ach nee, hier, da hat er eine Ringkaufe. Ja, muss man machen. Gib mir den Ring. Hier, da hat er sogar behalten. Armin's Ring. Okay, was kann da Ring? Kann da irgendwas cooles? Schützverfeuerung. Geil! Eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Habe ich ja irgendwie ein Bier oder irgendwas? Franz? 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 Ein Bier brauche ich noch irgendwie. Aber ich glaube, das haben wir auch schon ausgedacht, ne? Ja. Ein Meister seines Könnts. Ich habe auf dem Schiff was gefunden. Ich habe auf dem Schiff was gefunden. Was denn? Noch nicht. Ich bin doch schon dabei, Digga. Komm schon. Äh, Morg. Ne. Blablablablablablab. Weißt du, wie ich Marc von mir überzeugen kann? Nein. Zeig mir deine Ware. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, die müssen wir dort... Ah, okay. Gehen wir nochmal zu dem drüben hin. Armin, brauchst du mal zu... Zeig mir deine. Das ist noch so eine Kokosnusszange. Oh, die kostet ja nicht viel. Die nimm auch. Okay. Den wir mal so eine Kokosnuss öffnen hier. Hier. So, nee. Das war falsch. Gehen wir schon, ey. Hä, da war da eine Kokosnuss da. Aber ich hab's auch schon mal da. Okay. Ah, das haben wir schon gemacht. Okay, wir werden mal jetzt erst mal zu den Söldnern gehen und das erst mal noch abgeben. Armin's Ring und die zwei Weißfelder. Ein Jacob. Oh, Gott sei Dank. In der letzten Folge bin ich in der Hörerung geklatscht. Vorletzte Folge war das. Da hat's Batsch gemacht und da war Feierabend. Hier. Hier sind die Sachen, die du wolltest. Sehr gut. Bekomme ich jetzt deine Stimme? Du hast mir die Sachen besorgt. Meine Stimme bekommst du. Ich hab noch meine eigene. Von mir erfährt keiner. Wir haben die natürlich. Ja. So, jetzt werden wir mal zu der Truge hochgehen. Die wollen wir jetzt nur noch öffnen. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und dann gehen wir hier mal hier drüben lang. So. Ich war schon. Hopp, hopp, hopp. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin ja beschwert. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ja, klar. War zu einfach. Ich bin beschauer. Ach, man sieht das ja auch kass. das ist doch mal das ist doch meine hausnummer 300 geld haben oder stark ok wenn wir mal hier hinzugehen weiß denn was hier noch ist dank ob man ja ja um ist feature macht es schon bemerkbar ach nee ist ein zombie das kann ein bisschen dauern bleibt dran ich habe keine ausdauer mehr ich habe keine ausdauer mehr weg da dauert das ja noch länger ja halt auch schön wenn ich hier irgendwann mal hier will die kritik kommen und ich bin stärker geworden okay ja wenn es nur ein zombie ist geht das schon noch okay was hat gesagt wenn es einer ist dann geht das schon noch aber da haben wir auch schon noch nächste an gerannt dass wir nach hinten springen ist alles da okay komm 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 kriteria das war ein krit noch einer perfekte und dauerhaft anmelden ok glück ab und bloß ganz kurz ja ob das so gut ist dass ich irgendein gehe und da kommt schon der nächste gefallen doch paladin das zieht mir so viel ab jetzt oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit auch wenn die so scheiße sind da war 200 sogar jetzt hat das trotzdem mehr das buch lässt sich nicht öffnen ok ring der macht das ist doch mal eine auszeichnung einem frei haben wir hinten gruselig ist eine eischen klinge auf 300 geld wird auch nur noch lecker geschicklichkeitswache eine stärke waffe wie groß die ist doch schicke alles mensch da haben wir doch noch eine ordentliche klinge geil mensch das ist doch mal was cool jeder was geschafft ah das ist schön das ist wirklich schön da folgt man sich dann hat man wieder was erkundet wenn du hier hoch gehst ey mach keinen Mist ey da hat man wieder was erkundet und hat wieder was gefunden das ist wirklich schön so mit eischen klinge das ist natürlich total toll und die machte wasser blühe wasser unsere werde lassen sich die blühe sehen coole sache fetzt ne das da das ist echt cool ok mal alles durchklicken und mal gucken ob wir hier noch was schickes haben ok ein bisschen erz habe ich ja schon mal erz viel bei der bruderschaft fand ich total cool wenn ich immer gut war am erz aber ich habe immer noch kein scheiß bier verdient das ist eine kacke armin habe ich nur ein bier und woher so bin ist er töte hier füttern füttern Digger hat ein Schaf geschont und ich hab ein Bier, wo auch immer ich das her hab. Trinkt der Bauer zu viel Bier, melkt der Trottel seinen Stier. Hörer! Danke, hier hast du die Brote. Oh ja, jetzt was gefehlt, danke. Ich habe dein Schaf geschoren. Na endlich, gib mir das Fell. Hier hast du es. Sieht gut aus, was willst du haben? Scheiße, ich hab ne gesparscht von weg. Ob das jetzt die alten Sachen besser sind? Ach komm, scheiße. Gibt mir die alten Sachen. Hier gab es 100 Erfahrungen dafür. Bauern, Kleidung, okay. Oh ja, die ist, ja. Nummer 5 besser. Okay. Danke dir. Da sehe ich schon viel besser alles jetzt noch. So, wollen wir mal probieren, dass wir jetzt mit unseren Schwertchen... Ah, ich hab den nicht einmal getroffen. Oh, das zieht ja mal richtig geil ab. Oho, fett. Ja. Ja, ja, ja. Kann man machen. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut. Ja, wir haben noch ein paar Pilzchen hier. Meine, meine, meine. Aber das ist eben cool, ne? Also, das habe ich ja schon mal alles abgegrast. Aber das kommt immer wieder, ne? Weil die Map halt wirklich klein ist. Und das ist schön. Das hat auch wieder was. Da läuft noch was, okay. Ah, ist schon schön gemacht, ne? Das sind eigentlich insgesamt auch vier Welten sind das. Bin gespannt, was jetzt hier noch kommt. Ne, das war ja auch mein Boot. Das Boot meine da, ne? Gehen wir nochmal hoch hier zu dem Morgner. Magier. Haben wir dieses komische Buch noch gefunden. Von den Weitläufern. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann gehen wir mal das Buch ab. Mal schauen, was da alte Mannschaft ist. Ich würde schon einen alten Sack sagen. Der alte Mannschaft. Okay. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.